Hallo Leute, jetzt kommt mein Video und zwar heute spielen wir Pain Town The Red. Bevor das Video anfängt Leute, möchte ich euch etwas sagen und zwar 77,9% Leute haben mich nicht abonniert. Leute, bitte drückt einmal dieses rote Knopf, bitte unten abonnieren, bitte Leute, 77,9% haben mich nicht abonniert und schauen meine Videos an. Bitte Leute, lasst ein Like, abonniert mich und drückt auf die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich weiß, es hat sich nicht gereimt oder so, der hört sich nicht geil an, also cool an, aber bitte Leute, tut mir den Gefallen. Bitte lasst heute, bevor wir 2023 machen, also bevor wir 2023 haben, lasst uns die 200 Abonnenten knacken. Das war der schönste Geschenk in Weihnachten, obwohl ich Moslem bin, also das betrachte ich jetzt nicht als Weihnachtsgeschenk, sondern für mich ein Geschenk. Und das wäre richtig geil, wenn wir 200 Leute hätten, die mich abonniert haben, das wäre richtig geil Leute. Ich bin dankbar, dass ihr mich so unterstützt, Leute und ja, viel Spaß beim Video. Im letzten Folge haben wir Herausforderung 1 beendet und jetzt beenden wir Herausforderung 2. Und morgen machen wir dann 3, 4, 5, 6. Ah ne, hä? Achso, jetzt gibt es nur 5, egal. Also, äh, hier gibt es nur 8 Level, traurig. Egal. Ist so schlimm. So. Jetzt sagen wir mal die Arena Habe ich Waffen So, wie es aussieht Nicht also, wie wir uns aussieht Also, wenn Sie Okay, erste Welle, fertig. Und jetzt zweite. Oh nein. Habe ich Waffen? Oder so? Ja, besser. Ja, besser. Hier, Fleisch friss. Hmm. Hmm. Okay, zwei haben wir auch fertig. Jetzt drei. Wir haben fast die Hälfte. Ich rufe. Ich rufe. Bist acting jung-sched Habermas. Wie ist sein Kopf weggegangen? Backrooms, sein Kopf ist in Backrooms. Okay, 3 haben wir fertig. Jetzt nur noch, nur noch 4, da haben wir die Hälfte erreicht, endlich. Oder wenn ich ein Schwert habe, ist es unmöglich, dass sie gewinnen. Guck mal. Guck mal. alles klar wenn ich schwert habe die könnt ihr am weg diesen weg die können vergessen wir können vergessen dass die gewinnen bruder wenn ich schwert habe habe ich direkt gewonnen ja 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 mein Freund lebt nur noch jetzt bin ich 6 mal gucken ob wir das schaffen ich hab gar nichts ich hab gar nichts jetzt muss ich kurz Waffen finden ich hoffe die sind nicht zerstört die meine Freunde sag ich mal hatten ja 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 Nein, 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 nein Oh, Junge Ich hasse es So Ich mach kurz Bis zu sechs Dann sehen wir uns gleich, Leute So, Leute Jetzt sind wir bei sechs Was hab ich denn gemacht, kurz, bis sechs jetzt wird deutlich aufpassen und sollte jetzt warten ist mein teammates tot sind damit deren waffen nehmen kann so Bin ich ihm, Daddy? Uff, Digga, geil. Rache ist süß. Merkt euch, das Rache ist süß. Ähm, ja. Nächster Kampf. Mal gucken, wo das ist. Oh. Das wird schwieriger, Digga. Digga, was ist das? Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Das war's für heute. 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 Ich hätte so einen Schock, wenn jemand von hinten kommen würde. Jetzt machen wir letzte Level. Endlich! Bitte ein... Okay, gut, keine Hindernisse. Oh, das wird ein Problem sein. Das weiß ich. Ui, digga. Oh, das war's für heute. Ja Ui Digga Beste Zurück zum Hauptmenü Ja Das war's dann mit diesem Video, ich hab's euch gefallen Dann vergisst du Liked, sonst Um mich zu einfach dördkünken zu unterstützen Schaut mal andere Videos vorbei Lass dir Liked, abonniert mich Und... ja Schau! Schau! Schau!